So Leute, wie ihr gefragt habt, ihr wolltet alle einen Bike-Vlog und den bekommt ihr jetzt auch. Ich bin hier in München unterwegs, wunderbar und wir werden heute den Dirtpark fahren. Ich selber habe es zwar nicht so drauf, aber ich habe ein paar Jungs, die können es gut. Und so lehnen wir jetzt starten, sind hoffentlich ein paar geile Aufnahmen. So meine Lieben, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt schon ein bisschen weiter draußen. Wir haben es auch gleich geschafft. Also, fünf Minuten noch oder so. So merkt ihr, dass die rote Jagen wieder erwischt. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 und mir auf instagram zu folgen das wäre richtig sweet von euch also leute haut rein bis dann